Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Zwölf sind's, die im Kreis sich winden Da strebst du Macht, musst du sie finden Suche, wo die 13 liegt Steig hinauf zu dem, der fliegt Und wo soll denn nun der Wassermann sein? Eulengesicht, hol dir dort das offene Buch Ja Wissen Sie nun schon, was das 13. Zeichen ist? Nein, dreh es um Das Buch steht ja Kopf Krötenflachs Knoblauch Raute Und Schafgarbe Helft mir Gegen meine Erkältung Wollen Sie das scheußliche Zeug etwa trinken? Ich bin leb Ruß und Kiesel Stein Ach, lasst mich das Fieber wieder loswerden Wollen Sie nicht lieber Pfefferminztee trinken, Cat Weasel? Hm, das ist gleich gekocht Tja Ja Dann Tät doch ab Warten Sie Nein, nicht Ich muss das Getränk selbst umrühren Und wie oft? 9000 Mal Es muss so oft gerührt werden Das schaffen Sie doch nicht Ich muss es Oder es ist ungenießbar Aber das dauert ja viele Tage lang Gehen Sie doch lieber ins Bett Ja Jan Tan Tetra Tetra Halt, warten Sie! Nein, ich kann nicht aufhören Tetra Letra Wir haben bei uns ein Gerät zu Hause Damit geht es viel, viel schneller So eine Art magischer Quirl ist das Was? Ein Elektriktrick? Mhm Hilf Gott, dass es weist Ich glaube, es ist ein Spezialdünger, den er herstellen will Er wird wohl gewinnen Verrückt, um drei Uhr morgens aufzustehen und das Ding in deinen Plastiksack zu verpacken Meiner ist ebenso groß Mit diesem Gartenbauwettbewerb gegen Ruhe machst du dich allmählich lächerlich Ach, wewiss, könnte ich einen haben? Das kommt nicht infrage, die sind für den Nachmittag Und gehen Sie mit diesem grässlich stinkenden Zeug aus meiner Küche raus Grässlich stinkendes Zeug? Das ist mein Spezial-Kürbisdünger Hat er uns schon zu einem Preis verholfen oder nicht? Sie interessieren sich wohl nicht für meine schönen kleinen Kürbisse, oder doch? Nein, nein, nur für Kuchen Hatte ich Sie nicht gebeten, mir beim Anbringen der Markise zu helfen? Ist fertig Ich muss auch in diesem Jahr unbedingt wieder siegen Ach, Mavis, Sie werden mich schon sehen Im Glanz meiner Würde Jeder Zoll ein Champion Seine Lordschaft hat überhaupt keine Chance T.I. Was, bitte? Ich wusste, dass ich was vergessen hatte Farbe ausgezeichnet Man könnte fast annehmen, dass sich die ganze Eldervorderschau nur um den Kürbiswettbewerb dreht Nirgends sind Druckstellen aufgetreten Gott sei Dank entscheidet sich heute schon, ob du gesiegt hast oder nicht Was wird da wohl wiegen? Kann ich mein Zentimetermast zurückhaben, Charles? Charles! Gib mir das wieder Oh, entschuldige Was tust du da? Oh, ich mixe etwas Doch nicht mit dem Ding da Nur einen Augenblick Was ist das? Oh, das ist ein Experiment Ein Düngemittel ist es nicht Oh nein, nein Wie ist der Kürbis deines Vaters? Oh, gewaltig Und ihr Kürbis? Noch gewaltiger Mr. Groom, wie können Sie? Mein Küchenquirl Entschuldigen Sie bitte Ihren scheußlichen Dünger rühren Sie damit um Schaffen Sie dieses Dreckzeug aus meiner Küche raus Aber sofort Und du auch, Sedrick Mrs. Groom Aus damit Ah Kürbis Dünger Alle sind völlig kürbisverrückt Cat Weasel Ja Wo ist denn nun der magische Quirl? Dumme Frage Wo soll ich den hier anschließen? Wieso anschließen? Das Gebräu ist schon fertig gerührt Ach, evident Das Gebräu ist schon fertig gerührt Ehrbeiniges Frittchen. Kein Wunder, dass dieses grässlich stinkende Zeug so entsetzlich schmeckt. Wo ist meine Wundermedizin? Hier. Nasenloser Fuchs. Riecht so meine Medizin? Himmel, das ist ja der falsche Eimer. Was? Kommen Sie. Donnerwetter. Sehen Sie nur. Ah, das tut gut. Wie kommt das? Das ist doch der von heute Morgen. Da war er groß, ja. Doch nicht so gewaltig. Eine wohlschmeckende Medizin. Als Dünger für Kürbisse hilft sie sicher nicht. Krötenflachs, Knoblauch, Raute, Scharfgarbe. Schon ist deine Erkältung aus dem Körper wieder raus, weißt du nicht mehr? Ach, Unsinn. Wie kann das einem Kürbis und einem menschlichen Körper helfen? Ist doch möglich. Mit Zauberei. Mit Magie. Er ist ganz warm. Catwizel, wir können nur eins machen. Wir müssen das wieder ausgleichen. Und wie? Wir schütten noch was auf Daddys Kürbis. Los. Los. Gn承elf, geh. På麽, go靡, dom, go. Gaon, pan, dos. Aber primera ist eine Stunde. Oh, 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 danke, liebe Gott, oh, danke, oh, Mibes! Sprechprobe, Sprechprobe, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Gott, docks, heiße, hunde, merkwürdig. Was ist denn, Katwiesel? Heiße Hunde? Ja, zum Essen. Kommen Sie! Heiße Hunde? Mibes, einen Meter lang, einen ganzen Meter lang! Ist er jetzt? Ein Wunder ist geschehen. Ich bin auserwählt. Ja, 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 nun beruhigen Sie sich doch. Ich brühe Ihnen eine Tasse Tee auf. Sowas habe ich noch nie gesehen. Sowas Gewaltiges gibt es nicht mehr. Gehört mir, nur mir! Ich will lieber sehen, ob er noch in Ordnung ist. Einen Meter lang, einen Meter lang! Über einen Meter. Brauchen Sie keine Medizin mehr? Wievon, nimm Sie, mein Bruder. Ich bin nicht krank, eine gute Medizin. Sie hat mir schon gegen viele Leiden geholfen. Wann? Vor 900 Jahren? Ja, ich weiß schon. Okay, na dann los. Halten Sie mir die Daumen. Mit dem Abschneiden warte ich immer bis zur letzten Sekunde. Damit gebe ich ihm noch eine Chance. Ja, Schatz. Es ist ja möglich, dass am letzten Tag noch etwas wächst. Cedric wohl wieder steckt. Oh, der Senf. Ich glaube, ich werde noch einen Augenblick ins Gewächshaus gehen. Hallo Sue, bringen Sie die Schokoladen-Eclairz zu Mrs. Gaudi ins Frühstückszimmer. Wie gesagt, ich werde noch mal rüber... Das habe ich ja gehört. Sag mal, wann kommt Archie zur Prämierung des Gemüses? Fünf. Er beurteilt die Tomaten gegen vier Uhr dreißig. Weißt du, Charles, es gibt ja auch noch was anderes als eure Kürbisse. Ach du liebe Gott, ach du liebe Gott. Er beurteilt die Tomaten gegen vierte. Untertitelung des ZDF, 2020